Lektion 365 Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung? Denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Und wenn ich ein Wort brauche, das mir helfen soll, so wird er es mir geben. Wenn ich einen Gedanken brauche, wird er ihn mir auch geben. Und wenn ich nur stille und einen ruhigen, offenen Geist brauche, sind das die Gaben, die ich von ihm empfangen werde. Er hat die Führung auf meine Bitte hin. Er wird mich hören und mir Antwort geben, weil er für Gott, meinen Vater, und seinen heiligen Sohn spricht. glüht. Dann beit 6000 Ich hatte ihn, Ich habe ihn, was er mir möglich ist. Ich habe ihn mit dem Namen, Diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung. Denn dir möchte ich folgen. Gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Ich habe die Führung.